Du bist Student oder Studentin? Wie wäre es mit einem Werkstudentenjob? Einen Werkstudentenjob kannst du dann ausüben, wenn du an einer Hochschule oder Universität eingeschrieben bist. Dann darfst du bis zu 20 Stunden die Woche arbeiten, in der vorlesungsfreien Zeit sogar bis zu 40 Stunden. Außerdem kannst du fachlich bezogen zu deinem Studium arbeiten. So sammelst du praktische Erfahrungen und die machen sich richtig gut in deinem Lebenslauf. Durch die Einstellung als Werkstudent genießt du einige Privilegien. So brauchst du keine zusätzliche Kranken- oder Pflegeversicherung und auch keine Arbeitslosenversicherung zahlen. Erst ab einem Betrag von 9.744 Euro pro Jahr, dem sogenannten Grundfreibetrag, müsstest du Lohnsteuer zahlen. Du hast außerdem Anspruch auf Urlaub sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Falls sich jetzt dein Interesse an einem Werkstudentenjob geweckt haben sollte, dann schau doch einfach mal auf jobware.de. Denn hier findest du zahlreiche Werkstudententätigkeiten und da ist mit Sicherheit auch die richtige für dich dabei.